Iskander Olingbekov Jeder Mann nennt ihn Gagarin. Er wird der erste kasachische Kosmonaut sein, der ins Welt erfliegt. Zündung Hey Funka, probier's mal mit Kamish! Scheiße! Danke. Sag mal, wäschst du damit immer deine Haare? Alle Teile werden wie berechnet 15 Kilometer südwestlich von hier aufschlagen. Tod den Verfluchten! Aß Geiern! In der internationalen Raubstation ISS nimmt die Weltraumtouristin Julie Mahé an einem Forschungsprogramm teil. Julie, ich wünsche Ihnen eine sanfte Landung. Also bis bald. Kapsel nicht in unserem Gebiet gelandet. Fliegen nach Südost und suchen dort. Ist ohnmächtig. Am besten du küsst sie. Wo bin ich? Ich bin deine Braut. Du nimmst das Motorrad und dann bringst du sie nach Baikonur. Ja, verstanden? Was vom Himmel fällt, ist immer ein Geschenk von Gott für den, der es findet. Das gilt vielleicht für Raketen und Birnen. Nicht für Kosmonautinnen. Ich bitte 70.000. 80.000. Ich mach sie zu meiner Lieblingsfrau. Aber du hast schon drei Frauen. Das ist gut. Komm, lass mich dich. Lasst uns so rum. Nicht für begeistern. Das bleibt überall. Panze oder wie, dass Leute sich so rum. Das ist deine Arbeit. Vielen Dank.